Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Nichtraucherkurs, der Ihr Leben verändern wird. Ich werde Sie heute im Namen des Deutschmann-Institutes auf dem Weg zum zufriedenen Nichtraucher begleiten. Ich helfe Ihnen, der Zigarette auf ewig den Rücken zu kehren und das ohne Entzugserscheinungen. Mit dem Rauchen aufzuhören ist wohl mit der meistgenannte Vorsatz für das neue Jahr. Und auch derjenige, der, wie wir alle wissen, am meisten gebrochen wird. Doch in diesem Seminar werden wir es alle gemeinsam schaffen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und Sie werden erfolgreiche Nichtraucher werden. Wie Sie das schaffen? Tja, das ist wie so viele Dinge im Leben eigentlich ganz einfach. Regel Nummer 1. Befolgen Sie meine Anweisungen und haben Sie Vertrauen zu mir. Wenn ich Ihnen davon abrate, Ersatzprodukte wie Nikotinkaugummis und so weiter zu verwenden, dann hat das seinen Sinn. Warum Sie mir vertrauen sollen bzw. müssen? Tja, weil Sie es nur mit einer Vertrauensperson schaffen. Durch mich wird Ihnen bewusst werden, dass Sie weder diese Ersatzmittel noch die Zigarette brauchen. Regel Nummer 2. Ehrlich sein. Ich werde ehrlich zu Ihnen sein und Ihnen Dinge vor Augen halten, die nichts beschönigen. Damit wir hier aber alle gleichberechtigt sind, ja, müssen Sie natürlich auch ehrlich sein. Also nicht nur ehrlich zu mir, sondern vor allem zu sich selbst. Das heißt, Sie müssen sich eingestehen, dass Sie süchtig sind. Nikotin ist eine Droge, wie Alkohol oder Kokain oder Heroin. Gut, ich gebe zu, dieser Vergleich mag vielleicht drastisch klingen, aber nur, weil in unserer Gesellschaft Nikotin nicht illegal ist, heißt das nicht, dass es keine Droge ist und vor allem, dass es nicht abhängig macht. Es ist absolut wichtig, dass Sie hier ganz ehrlich mit sich sind und sich eingestehen, dass Sie nikotinsüchtig sind. Diejenigen, die sich diese Situation schönreden wollen, aller, ja, ich rauche einfach gerne, weil es mich entspannt und mir schmeckt, die belügen sich in Wahrheit selbst. Und die müssten mir mal Folgendes erklären. Wenn Sie sich angeblich durch das Rauchen einer Zigarette entspannt fühlen, wie kann es dann sein, dass Sie nach einer gewissen Zeit ohne Zigarettenkonsum unruhig, aggressiv und unkonzentriert werden? Also das genaue Gegenteil von dem, was Sie eigentlich sein wollten, nämlich entspannt. Ganz abgesehen davon, dass wir uns die wirklich entspannenden Dinge dieses Lebens, wie zum Beispiel eine wohltuende Massage, nicht besonders oft leisten. Gut, nun möchte ich, dass Sie sich an Ihre erste Zigarette erinnern oder einfach nur daran denken, wie Ihnen eine Zigarette schmeckt. Diese Empfindung vergleichen Sie bitte mit dem Gefühl, das Sie haben, wenn Sie an etwas sehr Angenehmes denken. Zum Beispiel an eine gute Massage. Wird Ihnen der Unterschied bewusst? Die Gegensätze könnten doch eigentlich nicht gravierender sein. Oder welche Erinnerung haben Sie als schöner empfunden? Die Antwort ist so einfach. Und trotzdem sind Sie süchtig nach Zigaretten und vergiften damit nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihr seelisches Wohlbefinden. Bevor wir uns nun einige gängige Methoden zur Raucherentwöhnung ansehen, möchte ich Ihnen die Geschichte von meinem Vater erzählen. Keine Angst, nicht seine ganze Lebensgeschichte, sondern nur seinen ganz persönlichen Weg vom Kettenraucher zum Nichtraucher. Angefangen hat sein Raucherdasein als junger Mann, der damals wahrscheinlich einfach cool sein wollte. Er rauchte auf Partys und bei anderen geselligen Gelegenheiten. Später brauchte er die ein oder andere Zigarette nach einem harten Arbeitstag zur Entspannung. Ja. In kurzer Zeit kam dann zur Zigarette nach der Arbeit, die Zigarette in der Mittagspause. Und dann allmählich die Zigarette vor der Arbeit. Irgendwann fing er dann an, während der Arbeit zu rauchen. Das war natürlich in den 70er, 80er und 90er Jahren auch noch absolut möglich. Und dann rauchte er im Auto, wodurch uns Kindern immer schlecht wurde, im Restaurant, zu Hause, im Wohnzimmer, einfach überall. Mindestens zwei Schachteln am Tag. Und das dann für, sagen und schreibe, über 30 Jahre. Er hat mehrmals versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber jeder Versuch ist gescheitert. Und dann wurde die Qual beim nächsten Aufhören wollen noch größer. Das Verlangen nach einer Zigarette war einfach riesig. Nach jedem misslungenen Versuch hat er sich gefragt, warum er diesen Teufelskreis nicht durchbrechen kann. Obwohl ihm natürlich klar war, dass Rauchen krank macht und dass jeder zehnte Raucher an den Folgen des Rauchens stirbt. Irgendwann hat er sich dann damit beschäftigt, was das Nikotin eigentlich genau in ihm bewirkt. Also was das ist, das ihn süchtig macht. Und da wurde ihm klar, dass er nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig abhängig war. Und auf einmal kam ihm das alles furchtbar durchschaubar vor. Er hat erkannt, wer da alles seine Finger im Spiel hat. Also in diesem Spiel, und das muss man einfach mal ganz klar sagen, in einem Spiel um Leben und Tod. Weil die Tabakindustrie verdient Milliarden daran, dass Menschen krank werden und letztendlich sterben. Und ich sage Ihnen aus den Erfahrungen meines Vaters, dem ich damals geholfen habe, ja, also ich war quasi diese Vertrauensperson, ohne die es wirklich schwierig ist. Jeder Raucher kann mit dem Rauchen aufhören. Raucher haben immer nur Angst davor, dass ihnen etwas fehlen könnte. In Wahrheit aber wird diese Angst von der Zigarette selber ausgelöst. Und wenn ihnen dieser Mechanismus erst einmal klar ist, dann geht der Rest wie von selber. Mit der Deutschmann-Methode und meiner Hilfe hat mein Vater es geschafft und er ist seit 14 Jahren Nichtraucher. Immerhin. Jedes Mal, wenn Raucher ihn fragen, ob ihm die Zigarette fehlt, da antwortet er mit völlig reinem Gewissen, nein, das tut sie, nicht. Und ich sage Ihnen, es geht ihm wirklich hervorragend und er weiß überhaupt nicht einmal mehr, warum er geraucht hat. Er genießt sein rauchfreies Leben wirklich. Und das werden Sie auch tun. Ich bin eigentlich wirklich baff, dass es einer schafft, innerhalb von drei Stunden mit Worten an so zu überzeugen, dass man mental so viel stärker geworden ist, dass man sagt, man braucht es näher mehr. Ich bin baff, weil ich habe keine Lust auf Zigaretten. Mit dem habe ich nicht gerechnet und das werde ich jetzt einmal erst verdauen müssen. Aber meine Lunge wird mir dankbar sein. Im letzten Teil des Vortrages hat er das Glück gemacht und mir ist das Bedürfnis vergangen, eine Zigarette zuzugreifen. Ich bin mir sicher, Sie konnten sich von der Qualität unseres Nichtraucherkurses überzeugen. Nun liegt es an Ihnen. Wollen wir es gemeinsam anpacken? Ich bin mir sicher, Sie werden es schaffen. Vielen Dank.